Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Video Kanal Qualix zu einem neuen Video und seit langem mal wieder zu einem LS22 News Video und zwar Meister und mehr, GoWilePack bald erhält sich jetzt vorbestellen, ja, denn das erste DLC wurde jetzt offiziell angekündigt und es handelt sich hierbei um ein GoWilePack und das Ganze ist eben mit neuen Maschinen gefüllt, Erweiterung, Spaß, Kernkreativität im Spiel das Presse entwickeln von Ressourcen wird dann eben dadurch vereint, presst mein Material zuvor, setzt autonome Maschinen auf einen Ruf ein um effizienter Abläufe auf die Beine zu stellen, genießt eine neue Komfortfunktion das erscheint am 21. März, 21. März 2023, das Ganze vorbestellen ist sofort möglich, das zeige ich euch noch ganz kurz und für alle, die hier zwei Season Pass haben, die den 1 und den 2 haben, haben sie das kostenlos ich habe, somit habe ich das Ganze kostenlos dann dabei natürlich wir haben ja auch dann eben neue Maschinen, mit den neuen Maschinen der österreichischen Hersteller darunter beispielsweise den Geweil LT Master F115 und den Vario Master V41 könnt ihr noch mehr Rohstoffe in Ballen verwandeln Meißelash, Zuckerrümm, Schnitzel und Mischfutter, aber natürlich auch Gras, Heu und Stroh ich kenne die Firma eigentlich nicht, ich komme aus Österreich, aber ich kenne es nicht gut, was haben wir denn da noch wenn euer Betrieb auf geballtige Ressourcen angewiesen ist, dürften euch autonome Ballenbüchler wieder G4010Q Pro für das Leben erleichtern und eure Effizienz auf dem Hof steigern damit erzielt ihr einen hohen Output an Ballen und variablen Formen und Größen direkt auf dem Hofgelände was für Maschinen sind enthalten, wir haben den Geweil LT Master F115, den Vario Master 41, den G1 F125 und 125 Kombi, den G1015, den 4010Q Profi, den G5020, den RBG und den BTG-QU Rundum verbesserten Ballen Spaß, wir haben hier auch schönen Ballen, sehen wir sie auch das ist noch nicht alles, Walzenwickler wie den Göbel G1015 werden am Frontlader oder 3-Punkt-Kupplungen angebaut und transportieren, wickeln und stabeln Ballen mit nur einer zicken effizienten Maschine, sehen wir hier, ist vorne dran Wunderbar! Ein weiteres Detail für Ballenenthaushisten zusätzlich zu den gewohnten Netzbindungen kommt bei entsprechenden Ressourcen nun Folienbindungen zum Einsatz, haben wir hier auch, so gehört ihr außerdem zu der ungeschickten Sort ergebt es gute Nachrichten, dank eines Ballendreher sind ihr da gezählt, in denen ihr bergab Rollenden rund Ballen hinterherlaufen müsst, euch auch das Einlager mit einfacher Tank, neuen Ballengreifer und Ballengabeln wie dem Göbel RBG und BTG-QU und mit optimalen Silliermittelbehälter für Preiswirkelkombinationen. Mit der Göbel G1F-125-Kombie steigt sogar die Qualität der Ballen-Prä-Order, ist im 2. Sillier Pass enthalten, über Göbel, der österreichische Hersteller Göbel ist international bekannt für die Herstellung hochwertig, langlebig und immunitiven Maschinen, insbesondere in der Ballenpresse und Wickeltechnik. Das Unternehmen wurde 1988 gegen Kirschlag Oberösterreich gegründet, wo alle Maschinen von derzeit rund 52 Mitarbeitern konstruiert, entwickelt und produziert werden. Wenn Göbel stetig wächst, erfreut sich auch die Maschinen weltweit immer größere Beliebtheit. Mit dem Gebüden in der LS-Reihe eröffnet Göbel virtuellen Landwirten eine breite Auswahl von Maschinen und Werkzeugen sowie neue Möglichkeiten. Das ganze Pack kostet 1999, gibt es jetzt derzeit im Angebot für 98 bis zum 20. März. Das heißt, vorbestellen ist 1 Euro günstiger. Wenn du sagst, Geil Göbel wollte ich schon immer mal haben, hier ist es. 21. März gibt es Update 1 9 oder höher, muss sein. Und hier haben wir noch eine Auflistung, was genau hier dabei ist. Ist ein relativ kleineres Pack, jetzt mal so gesagt. Deswegen sind es auch unter Anführungszeichen jetzt nur 98 beziehungsweise 99. Ohne ich jetzt mal auf, auf 10 Euro. Der CPAC haben wir hier als Ersten auch im Liga 2 Season Pass enthalten. Aber dann gut, das war es hier mit den News dazu. Mehr gibt es hier auch nicht. Deswegen gerne Abo, Like da lassen und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten LS22 News Video. Bis dorthin, haut rein und ciao. 2 3 4